Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video zum neuen Patch 7.1.5 für WoW Legion. Ihr habt sicherlich selber mitbekommen, der Handelschannel brannte, Foren brannten und die Patch-Notes sind auch immer nicht vollständig auf Deutsch übersetzt. Lel. Aber das drehte sich vor allem um das neue Wertesystem. Und da waren viele zu faul zu lesen, die andere Hälfte war zu faul, es richtig zu verstehen und noch andere gaben einen kompletten Fick auf diese Änderung. Ich dachte mir, ich fasse einfach nochmal grob zusammen, denn so schwer ist die gar nicht. Zwar nicht schwer zu verstehen, aber eventuell schwerwiegend für euer Equip, wobei das auch nur bedingt. Wir schauen es uns einfach mal an. Und es sieht eben so aus, dass Blizzard versucht hat, den Fokus wieder auf die Primärwerte wie Intelligenz, Beweglichkeit, Stärke zu legen und die Sekundärwerte, Crit, Tempo, Meisterschaft, Vielseitigkeit ein bisschen runter zu nerven. Das hat einfach den Sinn, dass man wieder mehr auf die Gegenstandsstufe gucken muss. Ob das jetzt so geil ist und warum jetzt mitten im Content so eine Änderung kommen muss, weiß ich auch nicht. Aber es ist eben so, dass jetzt grundsätzlich die Regel momentan gilt, sicherlich auch in eurer Gilde, dass quasi das Gier mit der höheren Gegenstandsstufe grundsätzlich wieder besser ist. Ihr werdet jetzt weniger belächelt, wenn ihr nur auf die Gegenstandsstufe guckt. Tolle Sache. Denn auf höheren Gegenstandsstufen sind logischerweise auch mehr Primärwerte verteilt. Wie sieht der Nerf bei den sekundären Werten jetzt aus? Es ist einfach so, dass wir mehr davon brauchen, um quasi 1% zu erreichen. Das war bei Crit vorher zum Beispiel 350 Punkte, jetzt brauchen wir 400 für 1%. Bei Tempo brauchten wir vorher 325 Punkte, jetzt 375 und so weiter und so fort. Bewegt sich alles in einem 50er Rahmen ungefähr. Ich glaube Vielseitigkeit war ein bisschen mehr, aber in dem Rahmen bewegt sich das Ganze. Das heißt, es ist jetzt kein Übernerf. Das heißt auch nicht, dass ihr von unserer grundsätzlichen Stud-Priorität zwangsweise jetzt unbedingt wechseln müsst. Das wird sich, denke ich, erst auch in den nächsten Wochen jetzt rauskristallisieren. Aber wichtig ist es eben, dass die Primärwerte wieder mehr ins Gewicht fallen. Dadurch, dass man sonst jetzt einfach Unmengen von diesen Sekundärwerten jetzt quasi annäufen müsste. 50, das ist schon ordentlich. Wenn wir mal gucken, was man für die großen Verzaurungen bezahlt teilweise, dass man durch 50 Teilen, wie viel da jetzt wegfällt oder wie viel mehr oder weniger wir dadurch jetzt raufskaliert bekommen, ist das schon ordentlich. Euer aktuelles Gear ist jetzt nicht wertlos. Auch eure Skillungen werden größtenteils sicherlich noch weiterhin funktionieren. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die sich jetzt in den nächsten Wochen rauskristallisieren werden. Und Bizzard hat auch gesagt, dass sie mit diesen Änderungen auf keinen Fall die Spieler schwächen müssen. Wir werden uns vor allem in den folgenden Zeiten, gerade auch in der Nachtfestung, sicherlich ein bisschen umorientieren müssen. Wieder lernen müssen, ein bisschen mehr auf die Gegenstandsstufe zu achten, als nur auf die Werte. Das wird sicherlich viele ankacken und ankotzen. Vor allem die, die jetzt mit Low-Gear spielen, das ganze High-Gear in der Tasche haben, schon verkauft und verzaubert haben, weil sie seit jeher nur auf die Werte gucken. und jetzt mit 8,50 rumlaufen, obwohl sie 8,80 hätten können, so in dem Dreh. Aber das ist so die grundsätzliche Zusammenfassung, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hoffe, ich konnte euch so ein bisschen auf die richtige Bahn bringen, was diese Systemänderung angeht. Und ihr seid auch in diesem Patch wieder voll dabei und mit von der Partie. In diesem Sinne viel Sinn. In diesem Sinne viel Sinn beim Weiterspielen. So sieht's aus. Spaß auch. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Schau's.